Oh, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge EGOTICUS NOSTALGIC EDITIONUS Mit Laris, dem nicht zurechnungsfähigen... Ist er Leben verloren? Ne, er ist unsterblich. Hätte sein können, dass er das geändert hat. Warte mal, ich kann das jetzt eigentlich hier probieren, oder? Ich meine, er ist theoretisch mein Begleiter im Moment. Nein, okay. Das ist wahrscheinlich wirklich auf die abgestimmt. Auf die, 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 die... Auf Fred, Matt und Kriknasch. Und wahrscheinlich auch auf die, wenn ich jetzt einen Golem habe oder Goblinskelette oder irgendwas beschwöre, vermute ich die auch noch. Die Wassermagier sind völlig aus dem Häuschen. Seit Wochen schon buddeln sie an einer Ausgrabungsstelle im Nordosten. Weiß der Geier, was sie denken, dort zu finden. Alles fing damit an, dass die Erde bebte, wie in den schlimmsten Zeiten der Barriere. Grauenhafte Steinwesen entstiegen der Erde und fegten alles aus dieser Welt, was sich näher als 100 Schritt an sie heranwagte. Die Wassermagier nahmen sich der Sache an und vernichteten die feindseligen Eindringlinge. Und nun buddeln sie da unten und suchen nach einer Erklärung für diese seltsamen Vorkommnisse. Aber das wirst du ja bald selbst sehen. Lass uns weitergehen. Bleib dicht hinter mir. Flussmürte. Damit muss ich doch irgendwas Spezielles herstellen können, oder? Weil damit habe ich jetzt, da habe ich auch schon ein paar gefunden. Ich lasse ihn mal machen. Wer kriegt das schon hin? Ich meine, wenn er kämpft, dann kann er wenigstens nicht wegrennen. Sprach ich in meinem Leichtsinn. Der Golem ist ja nicht da, ne? Der ist ja nur da, wenn... Oh, das ist ein Schwert. Ist das zweihändig? Sieht groß aus. Langschwert. 85, 85. Puh. Das werde ich nur sehr lange nicht anziehen können. Hör ich da gerade einen Schattenläufer? Okay, das könnte ja unter uns sein, in der Höhle. Ja, ja. Ja, ist der unter uns in der Höhle. Der Lüspel, der Typ hier, der mich hier aufhält, normalerweise ist es nicht da. Kannst du noch? So, du bleibst ja hier stehen, solange ich nicht sage, lass uns weitergehen, ne? Okay, hier falle ich runter. Dann kann ich nämlich mal ganz kurz hier Luki-Luki machen, wenn du hier stehen bleibst. Da liegt nämlich noch eine Armbrust und ich weiß nicht, ob die gut ist. Möchte ich haben. Doch nicht. Liegt hier doch keine Armbrust? Ich dachte, da liegt auch immer eine Armbrust. Doch, doch, doch. Ich habe sie nur noch nicht. 60 Stärke. Okay, aber die ist nice. Okay. Oh, liegt hier irgendwas. Das ist halt echt dicht bewaldet hier gerade. Ich glaube, aber hier ist nichts. Komm ich da drauf? Ich glaube nicht. Okay, dann kann ich da noch kurz gucken, wo der Waran war, ob da noch was ist. Ich denke, in der nächsten Folge werde ich dann die Sprint-Mod mit reingehauen haben. Da war der Waran. Da war der Waran. Ich denke, das macht hier schon Sinn. Ich habe natürlich nicht gespeichert. Ich dachte aber auch, um ehrlich zu sein, nicht, dass ich da runterfalle. Also da habe ich wirklich null Komma gar nicht damit gerechnet. Sonst speichere ich bei jeder Kleinigkeit, aber hier war ich mir absolut sicher nicht runterzufallen. Tja, Bussekuchen. So viel dazu. Das sieht aber aus, als könnte man da hochkommen. Also es ist jetzt eigentlich, sollte das kein Ding der Unmöglichkeit sein. Ich probiere es mal, genau, mit ein bisschen mehr Wut. Ja, nee, oder? Was sagt ihr, Leute? Ist ein Nee, oder? Schaut mal, da unten eine Höhle. Ach, das ist die mit dem Schattenläufer. Schaut aus, als wäre da auch mal eine Höhle. Angedacht gewesen. Hier. Ich glaube, in Odyssee ist da sogar eine. Oh, 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 oh Gott. Feldknöderisch. 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 Lester, ich komme. Dann können wir weiter. Und dann kann ich mich von Satoras tot beleidigen lassen. Die Frage ist, ob ich mit den Lernpunkten, die ich habe, gleich die Sprachen lerne. Bei manchen Sachen ist es klug, bei manchen nicht. Die Lebensenergiesachen oder Magie kann ich mir zum Beispiel gleich reinpfeifen. Aber Stärke oder sowas soll ich mir trotzdem aufheben. Das ist außer lustig, diesen Sweet Spot irgendwo im Spiel zu erreichen, wo du dann anfängst, die Attributsachen dir reinzuhauen. Und da ... Lassen ... So, wann mache ich das? Wann sage ich, okay, jetzt pfeife ich mir das rein? Weil das Stärke oder so zum Leveln relativ schnell schon 20 Lernpunkte braucht ... ist nichts Ungewöhnliches. Wieso mache ich das? Lester ist doch gleich... äh, Lester. Wieso sage ich mal Lester? Lara ist doch eh gleich wieder weg, wenn ich hier oben rumlaufe. Lara, sag mir, dass du noch unten stehst. Mir im Kampf bei stehst. Lass mich nicht allein. Hier ist wieder das Ende der Welt. Das ist etwas, das mir nicht gefällt. Jodach, Lars. Ich bin wieder am Stiesel. Kannst du mal gucken, da bin ich. Ich müsste jetzt auch nicht unbedingt alles einsammeln, aber was ich habe, das habe ich. Gut gemacht. Ich höre hier Wölfe. Aua. 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 Da habe ich jetzt öfter verfehlt, als es hätte sein müssen. Jetzt kann ich aber auch ein anderes Mal angucken. Stehst du hier in dem Baum drin? Ja, da ist es so. Tö, 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 tö. Tö, 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 tö. So, hier kann es gefährlich werden. Lass uns weitergehen. Halt dich ein bisschen zurück. Schön machst du das. Wünschte, ich hätte eine Taste, um ihn anzufeuern. So, ich weiß, dass hier aber noch ein Schattenläufer ist, mein Freund. Und den darfst du sehr gerne noch für mich erledigen. Der müsste hier hinten sein. Doch nicht? Nicht blöd? Doch, da ist er. Ich glaube, ich treffe den von hier aus irgendwann mal. Ich weiß, ich habe auch Armbrüste nie wirklich verwendet. Ich weiß gar nicht, ob die sich trotzdem auf die Geschicklichkeit berufen. Also, dass sie mit höherem Geschicklichkeitswert besser treffen. Oder, ob die sich auf den Stärkewert berufen. Und ich mit mehr Stärke besser treffe. Eigentlich, logischerweise, wenn ich Stärke brauche, müsste es auch Stärke sein, oder? Komm, Laris, mach den mal kaputt. Böser Schattenläufer. Kommt der da? Ja. Ja, da musst du schon ein bisschen draufbrüllen jetzt, gell? Nicht zum Umzug geschlecken. Ich habe ihn erledigt. Hättest du dich gar nicht gebraucht. Weißt du Bescheid? Ein paar Dietricher wären hilfreich. Also, das ist... Ring des Feuers. Wie viele Dietrich habe ich noch? Die Goblins, da kann ich theoretisch dann auch mit meiner Armbrust erledigen. Ich glaube, ich entlasse Laris mal aus meinen Diensten. Greif am besten die Flucht nach vorn, bis hin zu Saturas. Er wird sich schon um die Biester kümmern. Ich muss zurück. Und eins noch. Lass dir nicht einfallen, mit dem Ornament hier in der Gegend rumzuwandern. Geh direkt zu Saturas. Wir sehen uns. Du, warte mal. Könnte ich jetzt auch? Warte mal. Okay, lass uns gehen. Wohin? Ich könnte jetzt auch hier einfach direkt sagen, zu Ona weiter. Aber das macht leider relativ wenig Sinn. Ähm. Ja, macht leider relativ wenig Sinn. So. Ich habe jetzt aber trotzdem Bock hier draußen rumzuwandern. Du hast zwar gesagt, ich soll es nicht machen, aber das ist nur ein Grund mehr, dass ich es machen will. Ich bin voll der Rebell. Hallo. Macht weniger Schaden, als ich dachte, um ehrlich zu sehen. Aber ich hatte auch ein Erinnerung, dass schwarze Goblins zum Beispiel 80 Leben haben. Aber wie gesagt, vielleicht habe ich da die Werte von Gothic 1 im Kopf. Vielleicht sind die da noch so. Oder habe ich einfach zu viel Odyssey gespielt und da sind sie so. Auch wenn das schon ewig her ist mittlerweile. Ich bin ja gespannt, ob das eine schlaue Idee war, diesmal nicht auf Magie zu gehen. Was ist denn? Wisst ihr, was ich noch nie probiert habe? Nee, es funktioniert gar nicht. Ich habe gerade überlegt, ob man die Prüfung des Feuers maximal versauen kann, indem man zum Beispiel einfach alle umbringt, direkt. Aber im Endeffekt läuft es ja eh drauf hinaus. Auch wenn du nicht alle töten musst. Du musst, glaube ich, nur Argon heißt er, glaube ich, töten. Die anderen sind ja so gesehen optional. Ob man dann halt quasi noch die Gilde wechseln kann, weil du deine Chance darauf vertan hast, Feuermagier zu werden. Am coolsten finde ich ja eh mit Abstand. Das hatte ich, glaube ich, auch schon mal erzählt. Wie du in Risen-Magier wirst. Also in Risen 1. Das ist so cool. Also da könnt ihr euch jetzt schon drauf einstellen, wenn ich Risen 1 spiele, ich werde Magier spielen. Weil ich das so cool finde. Selbst, also gesetzt im Fall, ihr kennt das zum Beispiel nicht. Allein dafür will ich schon Magier machen, um es euch zu zeigen. Weil das ist so cool, finde ich. Was mache ich jetzt mit den Waranen hier? Ich glaube, ich habe sogar Eispfeile dabei, oder? Also es ist wirklich absurd, wie schlecht ich treffe mit meiner Armbrust. Ja, 5 Mana. Wollen wir mal ausprobieren? Ah ja, okay. Hat doch, hat sogar Schaden gemacht. Das wurde bloß nicht angezeigt. Also einen, wenn ich sie einzeln anlock, schaffe ich es, glaube ich. Dann lock ich den da, drücke ich den da gegen die Wand und dann soll es eigentlich funktionieren. Blutfliege, du jetzt nicht. Gut. Na super. Er hat mich tatsächlich trotzdem Ausweichen gehittet. Das ist blöd. Um ehrlich zu sein. Ist das normal, dass der mich trotzdem Ausweichen trifft? Eigentlich ja nicht. Ja. Das ist, als ich den kurzen Sidestep nach links gemacht habe, hat er mich getroffen wahrscheinlich. Ich muss ihn halt gegen die Wand bringen, weil sonst dauert der Kampf ewig. Und die Chance, dass ich dann doch verliere, ist insgesamt zu hoch. Nein. Ach man, jetzt hatte ich es fast. Ich wollte ihn da versuchen, jetzt rechts, links und dann pang an die Wand. Der wird halt echt viel EP geben, wenn ich das hinkriege. weg. Na, vergiss es. Wir dürfen halt nicht einmal treffen, sonst war es das. Ja, nee. Ich könnte es natürlich auch wieder mit der Armbus, so ne, 8 Stunden von oben, aber nee, nee, nee. Oh. Ich glaube, ich mache nur 5 Schaden, ne. Mit denen habe ich gerade auch nicht gerechnet. Schaffe ich es, einen von beiden anzulocken? Kann ich knippen? Wenn nicht, wird das ausdauernd. Pulsierde. 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 Sie können zur Stравствуйте-Furpose. Pulsierde. Nö. Das war mein Controller, der auf den Tisch lag. Der Vibrationseffekt, lol. Ist er jetzt wieder rein, oder was? Kumpel! Wieso bist du so, wie du bist? Ich hasse mein Leben. Warte, ich probiere mal was. Wenn ich jetzt auf die andere Seite gehe, ist er gezwungen, auch die andere Seite entlang zu laufen. Vielleicht kommt er dann raus. Nee, er ist einfach dumm. Dann probiere ich jetzt, dieses Skelett hier anzulocken. Ach, jetzt kommt! Nee. Da kam doch beim ersten Mal so richtig locker flockig raus. Mach das einfach nochmal. Oha. So, jetzt komm her. Aua, das war jetzt unnötig, dass ich direkt zu Beginn schon getroffen werde. Vielleicht sollte ich doch einfach reingehen und später alles machen, was stärker ist. Okay. Das war's für heute. Wie er manchmal zurückweicht, wenn er merkt, Scheiße, es bringt nichts. Das war nicht gut, da habe ich gerade gehackt. Gut, das andere Skelett sollte einfacher sein oder zumindest nicht so viel Schaden machen. Okay. Pam! Wow, der erste Schlag einfach direkt daneben. Aua! So viel zu weniger Schaden. Ich habe gerade sogar das Gefühl, das andere Skelett ist schwieriger. Okay. Ich glaube, ich darf nicht den Gratausschlag machen bei ihm. Ich glaube, ich darf gar nicht zuschlagen bei ihm. Aber ich muss ihn auch da rausholen, weil da drin, ich weiß nicht warum, ob ihr das seht. Sobald ich da reingehe, ruckelt es wie Sau. Liegt das an den Gegenständen, die auf dem Boden liegen? Also diese Goldstücke? Oh Mann, ist das unnötig. Ja, das Skelett wird viel schwieriger als das andere. Was ist jetzt schon wieder hin? Nein! Oh mein Gott! No! Ich dachte, es wäre runtergefallen. Ich habe so ein Runterfallgeräusch gehört. Komm da raus jetzt, verdammte Scheiße! Okay. Jetzt hat es wieder problemlos rausgeschafft, das blöde Skelett. Ich glaube, ich kriege dich nicht dazu, dass du hier irgendwo bugst, oder? Kann doch jetzt nicht sein, dass dieses Skelett mein Endgegner ist. Das kannst du jetzt echt nicht sein. Doch, ich glaube schon. Er hält sich da oben aber auch nicht fest. Ich würde ihm sogar Schaden machen mit der Armbrust. Aber er hält sich nicht fest. Da ganz hoch komme ich nicht. Manchmal schafft es das Skelett auf Anhieb raus, manchmal nicht. Ich probiere es jetzt noch einmal, dann lasse ich es, weil dann ist der Bogen überspannt, wie lange ich für sowas brauchen darf. Warte mal, ich habe mir doch extra die heiligen Pfeile gekauft. Und jetzt verpackt es wieder, deswegen muss ich vorlaufen, dann bin ich schon hier. Jetzt kämpfe ich in einer blöden Situation. Komisch, jetzt hat sie es nicht so weird verhalten, wie die ganze Zeit. Steintafel der Lebensenergie. Ja, 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 ich mache die Drohe gleich auf, chill. Ein paar Dietriche wären hilfreich. Borg schlechter. Gute Waffe. Gute Besserung. Und den Waranen einen anlocken, bitte. Das Kampffeld ist maximal beschissen gerade. Aber es ist nur der eine, den anderen kann ich unten bekämpfen. Gute Besserung. Dass das Zeug schneller gegessen wird, den Mod könnte ich mir auch holen. Ich wollte es halt so Klein wie möglich halten mit den Mods Das ist nicht wieder so in der Beschreibung Eskaliert mit 8000 Mods und was weiß ich was Aber ich merke schon Da habe ich mich nur selber beschnitten mit der Idee Ich kämpfe aber auch gerade echt schlecht So viel Leben habe ich noch nicht Lohnt sich nicht Oder haben die Also vielleicht Irre ich mich jetzt Das ist keine Ausrede Das ist eine tatsächliche Frage Was mich interessiert Haben die nochmal an dem Balancing Beziehungsweise an manchen Hitboxen in der Nostalgic Edition Was gedreht Weil ich habe auch irgendwie das Gefühl Dass die Warane ganz ganz weirde Reichweite haben Irgendwie Über was für eine Distanz Die mich noch treffen Ist schon heftig Finde ich So da drin sind es wahrscheinlich Undo die Goblins Right awake rightness Nein Tatsächlich nicht Schwarze Goblins Es ist Es ist schon lächerlich Wie schlecht ich treffe Irgendwann habe ich das Gefühl Das skaliert trotzdem mit Geschicklichkeit Das Treffen So schlecht treffe ich Oh da drüben ist ein Krieger Einer zumindest Ich habe 50 Fische Hatte ich jemals Zu diesem Zeitpunkt im Spiel 50 Fische What the fuck Mindcrawler Aber die sind theoretisch Relativ einfach zu besiegen Also der Krieger ist hier das Problem Die anderen Goblins kommen leider schon So wie sich das anhört Oh mein Gott Was ist das Was ist das Ich weiß nicht Ob ihr es gesehen habt Aber einer der Goblins Guckte ganz komisch aus Mit dem war irgendwas Nicht in Ordnung Dass gleich die anderen kommen Nervt mich Vielleicht treffe ich ja Nein Natürlich nicht Gott ist das absurd Da habe ich doch gar keinen Bock Überhaupt auf Fernkampfwaffen zusätzlich zu gehen Wenn ich jetzt schon so schlecht treffe Okay die anderen sind nicht mitgekommen Das ist tatsächlich sehr gut Aber ich habe generell echt viel zum Fressen dabei Dank der Nostalgic Edition wahrscheinlich Okay wie mache ich das jetzt Da drüben ist anscheinend ein Goblin Der ein richtig krasser Motherfucker ist Und ich muss ja trotzdem irgendwie noch den Krieger besiegen Danke dass ich so heftig gekrittelt habe Irgendein Goblin sieht mich Der Krieger aber nicht lustigerweise Jetzt sieht er mich Wenn ich mit dem Krieger rausrenne Und den da draußen fertig mache Das werde sehr gut Die anderen wollen mich zwar auch schon Aber die kommen nicht zu mir im Moment Supi Ich weiß nicht ob da noch ein Krieger ist Aber das ist sehr gut Bin dann mal gespannt was dieser eine Goblin gibt Da ist er Geht an Da ist aber leider noch ein Krieger Tatsächlich Oh no Jo Ich bagge Ich bagge Mein Charakter kommt nicht aus deinem Och man Aber gut Er kann Feuer sparen Toll zu wissen Yay Ich glaube ich kann ihn trotzdem besiegen Wenn ich den Krieger noch irgendwie wegkriege Den muss ich halt irgendwie anlocken Okay Okay Anscheinend macht das Feuer Sakrisch viel Schaden Ohne dass er nochmal treffen muss Ich probiere es jetzt nochmal Mit dieser verdammten Armbrust Weil der eine Goblin steht hier direkt vor mir Es kann nicht sein Dass ich den nicht treffe Doch kann es Super Bin ich supi Bin ich ein großer Fan davon Wirklich Er hat 500 Kilometer Reichweite mit seinem Feuer Heißblock kostet übrigens 20 Mana Erst einmal ziehe ich jetzt diesen Schutz vor Feuerring an Blöder Goblin Hat er das jetzt bemerkt und versucht schon zu mir zu kommen Ja Goblin Elite Okay Die Goblin Elite ist aber theoretisch trotzdem weniger gefährlich Ich glaube ich habe einen Plan Tatsächlich Ich habe drei Eispfeile Und diese drei Eispfeile sind Sehr wichtiger und großer Bestandteil meines Plans Scheiße Das macht nicht so viel Schaden wie ich dachte Steck doch die Waffe weg Ich dachte das macht dann eben auch 50 Schaden Dann hätte ich ihn wegbekommen Ich muss es irgendwie schaffen die Goblins einzeln anzulocken Das ist mein Hauptproblem gerade Ich glaube einzeln könnte ich die alle besiegen Da war der Krieger gerade oder der Elite Okay das ist sehr gut Weil er jetzt da ist Chill doch mal Komm in den Nahkampf bitte Das ist ein bisschen verarschen Dass er halt spuckt bevor er an mir dran ist Das ist kacke Mit seinem Feuer Okay aber ich habe es gleich Nein wieso kommt denn jetzt der andere dazu Ach das war so schön Gerade die beiden Male Ich glaube ich muss ihn noch ein Stück kommen lassen Jetzt hat er es schon wieder geschafft Wieso schafft er das denn jetzt jedes Mal Das kann doch nicht wahr sein Gerade eben nicht Hatte ich zwei Versuche wo es nicht geschafft hat Und jetzt schafft er es jedes Mal oder was Das ist doch scheiße Schade ich dachte ich schaffe es auszuweichen Okay ich glaube ich kann Ich glaube ich kann es lassen Abbruch bringt nichts Jetzt kleben sie beide da vorne dran Ich treffe halt zu selten Dass ich das mit der Armbrust machen kann Weil die würde nur fünf Schaden machen Wenn sie trifft Bin ich mir ziemlich sicher Ja auf die Distanz dauert das Ich glaube ich kann noch ein Stückchen näher ran Ich muss halt so nah ran Dass er nicht speien kann Aber ich noch treffe Also zwar nicht die faireste Art und Weise Aber ihr seid ja auch nicht fair Wenn ihr die ganze Zeit zu zweit angreift Das ist jetzt nicht dein Ernst Er kann sich heilen Er kann sich verschissen nochmal heilen Jetzt kommt doch in den Boah ist das unfair Ist das unfair Dass er nicht in Ich komme ja nicht mal in Nahkampfreichweite Okay jetzt Du wirst despawnen und er kommt Das ist jetzt meine Chance Richtig aufzuräumen Geil Geil Statement Geil 200 EP für den Goblin ist natürlich auch heftig Jetzt darf ich erstmal 400 Eintöpfe fressen Und dann ist Geranimo in die Fresse von dem Der da noch drin ist Mal schauen wie schnell er sich heilen kann Wenn ich ihn im Nahkampf hab Hat das was ich hab den meisten Feuerschutz? Fünf Ne den meisten hätte die Schmiedeschürze Glaubt ihr das macht einen Unterschied? Ich probier's mal Okay Okay Seine Waffe hab ich jetzt nicht bekommen Weiß der die überhaupt drauf Seine Waffe hab ich nicht bekommen Aber ich weiß auch gar nicht Ob der die überhaupt droppt Beziehungsweise fallen lässt Das war intense Okay da waren die Pfeile drin die ich gerade schon gelootet hab Das ist noch ein Brot Ein Dolch Mensch das hat sicher gelohnt Die Ausbeute ist sehr mager Ich glaub irgendwie schon Dass er eine Waffe getroppt hätte Aber irgendwie Ein paar Dietricher wären hilfreich Ich find's heftig wenn du nicht auf Geschick gehst Wie oft diese verdammten Dietricher abbrechen Bin ich mal gespannt wie viel Schaden ich den Minecrawlern mache Ob ich bei denen auch noch ein bisschen drauf prügeln kann Oder Ob ich jetzt dann doch langsam zu den verdammten Wassermagiern gehen sollte Fünf Okay aber das war jetzt erstmal nur ein Test Weil ich wissen wollte ob ich überhaupt Schaden mache Dann lock ich die jetzt einzeln an Nun 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 ogo ogo Komm her Ich kann die sogar für 10 kritten Ist das nicht heftig Aua Das legst du direkt los Damit hab ich jetzt nicht gerechnet Was hat dir getan Wie heil ich mich jetzt Ich glaub ich esse einfach ein paar Brote Ich hab echt viele Und mir gehen jetzt langsam die Heiltränke aus Was ist jetzt mit dir Du Bugs da Kann ich euch eigentlich Schaden machen Bevor ihr aufsteht und euch schon töten Oder nicht Jetzt denkt ihr wie viel Leben haben die Wie lange ich das machen soll 400 Leben werden die haben oder Können das ja mal kurz machen Das ist natürlich ein bisschen Für die Ohren sehr sehr angenehm Ich weiß aber Kann die halt nicht alle gleichzeitig besiegen Die Stein Golems Ich glaub das macht kein Damage Einzelne sind die glaub ich überhaupt kein Problem Grobes Kriegsbeil Da 50-40 Aua Sehr laute Höhle Hallo Keine Ahnung wie viel Schaden du mir machst Aber das möchte ich auch ehrlich gesagt Gar nicht rausfinden Die Malertränke kann ich nahezu alle verkaufen Die 50er vielleicht behalten Für den Fall der Fälle Ich mein ich wenn ich jetzt tatsächlich einen auf Paladin mach Dann hab ich ja später Wenn ich das möchte Auch ein bisschen Mana Kann ja dann meine Innos Magie wirken Heiliger Pfeil Böses Vernichten Heiliges Licht Und was weiß ich noch alles Aua Okay jetzt weiß ich wie viel Schaden die mir machen Okay dann tun wir es mal Wir wecken die Golems Und schauen ob ich die irgendwie schaffe Einzelne anzulocken Dass ich sie vernichten kann Morgenstern Klimpernder Lederbeutel Der Lederbeutel klimpert Ich lege einen extra Speicherstand an Kann auch sein dass ich auf den einen Vielleicht echt nicht lange genug eingeschlagen habe Schaut mal Die haben wirklich 400 Leben Und das dauert einfach Ich sehe es ja aber noch volles Leben Man da drin hat Ganz kurz Wo habe ich den Sound Eins, zwei, drei, vier Vier vor Ende Okay Ich mach nämlich jetzt dann Das mal lauter Äh leiser Alles so Ihr versteht was ich meine 400 dp vor Solulnis Ne er hat volles Leben Stellt euch mal vor Die würden alle gleichzeitig aktiv werden Und würden dann alle zu deiner Position hinrennen Und dir eine Multibox Eine Faust der Vernichtung Also so ein Multibox In dein Gesicht machen Mit der 18-fachen Power Weil es ist alle gleichzeitig gemacht Und dann bumst du dich einfach zurück nach Korinus Ne ich bumst nach Gothic 1 zurück Also nicht in die Strafkolonie Sondern du bist einfach wieder in Gothic 1 Wie das Skyrim Intro Nur mit Gothic 1 halt dann Und dann Und dann Einen Golem haben wir, glaube ich, noch. Ja. So, der Linchen. Eins, zwei, drei, vier. Oh Gott, speichern. Oh Gott, oh Gott. Was ist in diesem verdammten Beutel drin? 50 Gold und einen Ring. Oh, Ring der Unbesiegbarkeit. I take it, aber mucho grande, sage ich dir. Stärkster Ring im Game, meiner Meinung nach. Oh Gott. Die Sonne geht schon unter. So lange kämpfe ich hier schon. Aber ich habe die Höhle komplett gecleared bekommen. Und das nächste Level Up ist nicht mehr weit weg. Und ich habe schon 29 Lernpunkte. Das sind halt immer diese Power Spikes, wo ich dann richtig Bock drauf habe. Das ist zwar jetzt ein elendes... Dieser Mist gerade, sich damit zu befassen, diesen Mist auszuhalten. Aber wenn ich dann zurückgehe und dann meine Lernpunkte ausgib, dann habe ich halt auch... Achso, das ist unten. Dann habe ich halt aber auch einen großen Vorteil davon. Weil das wird definitiv ins Gewicht fallen. Die 39 Lernpunkte, die ich dann habe. Ein paar Dietriche wären hilfreich. Leeres Pergament. Wie viele Dietriche habe ich noch? Ich sage 12. 14. Ich penne mal. For the Helligkeit, you know? Alles for the Helligkeit. Das ist wieder ein Waran. Das ist aber, glaube ich, nur einer. Das heißt, Sturmangriff. Ne, das sind zwei. Nicht Sturmangriff. Sturmangriff. Abbruch. Gegen den Baum, Junge. Hat nicht funktioniert. Beim Versuch, diesen Waran gegen den Baum zu bekommen, habe ich mehr Leben verloren. Das ist alles andere. Oh, ich höre Ratten unter mir. Andererseits könnte ich jetzt natürlich auch schon die Sprachen lernen. Das bringt mir aber, glaube ich, im Moment tatsächlich weniger, als wenn ich einfach die Lernpunkte investiere. So, aber hier, meine Damen und Herren, gehen wir in der nächsten Folge rein. Ich bedanke mich für das Zugucken. Ich hoffe, ihr seid am nächsten Tag. Wobei es ja eigentlich gar nicht falsch ist, je nachdem, wann ihr es guckt. Bei der nächsten Folge auch wieder mit einem Schlüssel. Bis dahin. Bye, bye.